Guten Tag, ich bin Thomas Andraschke, Kurator, Neue Meister. Wir haben eine kleine Reihe zu Liebermann begonnen. Das ist das nächste Werk, das wir da ansprechen möchten. Das ist die Judengasse in Amsterdam, also wieder ein holländisches Motiv. Fast überwiegend ist das bei Liebermann anzutreffen in den Sommermonaten. Regelmäßig ist er dort an die Niederlande gereist, vor allen Dingen auch an die Küste oder auch nach Amsterdam. Hier ist es eine städtische Szene, bereitet im Grunde schon Stadtlandschaften des Impressionismus vor. Aber hier wird man noch nicht über den eigentlichen Impressionismus bei Liebermann oder überhaupt in der deutschen Kunst sprechen können. Das Werk ist 1884 entstanden. Wenn Sie sich erinnern, das letzte Mal haben wir die holländische Dorfstraße, die sehr atmosphärisch erfasst ist, wo ich von altmeisterlich gesprochen habe, uns angesehen. Wenn Sie dieses Bild betrachten, dann werden Sie feststellen, dass es wesentlich moderner anmutet. Also seien Sie ganz vorsichtig, wenn Sie entwicklungsgeschichtlichen Modellen der Kunstgeschichte folgen. Wir haben da natürlich einen Raster, um uns gewisse Entwicklungen klarzumachen. Aber dieses Bild ist ein Jahr älter als die holländische Dorfstraße. Wenn man in Prüfungen angehenden Kunsthistorikerinnen und Kunsthistorikern dieses Bild zeigen würde, im Vergleich zur holländischen Dorfstraße, dann würden eigentlich alle sagen müssen, die holländische Dorfstraße ist wesentlich älter. Woran liegt das? Ja, das liegt daran, dass hier Liebermann wesentlich formauflösender gemalt hat und die Zeitgenossen teilweise auch gesagt hätten, das Bild wäre gar nicht fertig. Also man vermutet, dass er aus der zweiten Etage einer gegenüberliegenden Häuserzeile diesen Blick in die sogenannte Judengasse gemalt hat. Das ist nichts anderes als eine Gasse oder eine Straße in dem jüdischen Viertel, in dem ehemaligen jüdischen Viertel von Amsterdam. Es liegt am Osten des alten Stadtzentrums und drumherum gab es eben auch entsprechende Gassen mit einem Regen treiben. Hier wird angenommen, dass es sich um die frühen Morgenstunden handelt, weil die Straße hier noch relativ unbelebt ist. Man sieht hier auf der linken Seite eine schön ausgearbeitete Fassade, wie man sie von holländischen Straßenzügen ganz charakteristisch kennt. Auch diese roten Dächer beispielsweise, also hier dieser Giebel oder dort diese Pultdächer, die da zu sehen sind, Satteldächer besser gesagt, die da zu sehen sind, vereinheitlichen diese ganze Szenerie ein wenig. Es hat den Eindruck, als ob das Terrain, die eigentliche Gasse hier etwas ansteigen würde und wenn man genau hinguckt, stellt man dann fest, dass hier zwischen diesen beiden Häusern ein Durchgang ist. Da ist nur ein schemenhafter Pinselstrich zu sehen, wo man auf jeden Fall mit etwas Abstand, ich bin jetzt nah dran und sehe, dass ein Pinselstrich ist, mit etwas Abstand eine Figur erahnen kann oder assoziiert, sodass klar ist, dass es da einen Durchgang gibt. Und der ist topografisch auch tatsächlich historisch auf alten Postkarten beispielsweise so belegbar. Hier werden beispielsweise Säcke ausgeladen, ausgegeben, die Arbeiter hier unten in Empfang nehmen und man erkennt hier, das sind wahrscheinlich die Figuren, die man noch am besten erkennt, eine Frau mit weißer Haube und ein Mädchen mit so einem gelblich-weißen Strohhut. Also, er hat die nicht minutiös gezeichnet und ausgearbeitet, sondern vertraut einfach auf die normalen Sehgewohnheiten seines Betrachters oder seiner Betrachterschaft. Wir brauchen keine detaillierten Wiedergaben, um zu assoziieren, dass es sich um Figuren handelt. Ein Beispiel ist auch diese Silhouette hier links, die ganz abstrahiert wiedergegeben ist, aber in der Kontur deutlich an eine menschliche Figur erinnert. Und so würden wir die dann auch entsprechend einordnen. Und wenn Sie sich das Bild jetzt mal angucken, einerseits auf der linken Seite und auf der rechten Seite, dann werden Sie gravierende Unterschiede feststellen in der Ausarbeitung. Also, auf der linken Seite dieses Bildes sind die Fassaden schön oder weiter ausgearbeitet, als auch hier auf der rechten Seite. Hier auf der rechten Seite hat er eigentlich nur noch die Fensterrahmen angedeutet und seinen Pinsel ausgestrichen. Was bedeutet das? Wir werden bei Liebermann zum Beispiel bei seinem Selbstbildnis von 1914 noch mal darauf zurückkommen, Jahre später. Er legt den Fokus hier auf die linke Seite. Und wenn Sie die linke Seite dieses Bildes betrachten und nur aus dem Augenwinkel heraus die rechte Seite, dann haben Sie natürlich einen Seheindruck. Und woher kannte Liebermann das? Das lässt sich zurückführen unter anderem auf die Erfindung der Fotografie und die weitere technologische Entwicklung. Da haben nämlich die Künstler erst gesehen, dass es so etwas wie Tiefenschärfe gibt. Also konzentrieren Sie sich mal ganz auf mein Gesicht und nehmen Sie nur aus dem Augenwinkel heraus dieses Bild wahr. Dann werden Sie keine Details erkennen, sondern es ist nur schemenhaft wiedergegeben. Und das ist hier wunderbar demonstriert mit der linken Seite, die vollendeter ist, als die rechte Seite. Aber einen heutigen Betrachter stört das nicht mehr, dieses Unvollendete. Nur als damals, und da waren Sie ja auch schon zwölf Jahre in aller Munde, die Impressionisten mit solchen unfertigen Nonfinito-Bildern angefangen haben, haben natürlich die Kritiker gesagt, warum haben die Bilder denn nicht fertig gemalt? Möglicherweise, so lautete ja immer die Kritik, weil sie es nicht besser konnten. Das Besondere an dieser Judengasse, die sich im Landesmuseum Hannover befindet, ist, dass es das älteste Beispiel ist einer Judengassenansicht. Erst 1906, 1907 hat er weitere 19, 20 Judengassenbilder gemalt und auch diverse Grafiken mit diesem Motiv angefertigt. Die sind aber im Abstraktionsprozess noch viel stärker ausgearbeitet als dieses Bild mit den gedeckten Farben. Die späteren sind wesentlich buntfarbiger. Diese Judengasse ist also das älteste Beispiel und 20 Jahre danach entsteht die eigentliche Serie. An seinen Galeristen Paul Kassirer berichtet er aber schon Anfang des 20. Jahrhunderts, dass er kaum noch Judengassenbilder malen könnte, weil das alte Judenviertel aufgehört hat zu existieren.